ARD Text im Auftrag von Funk 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 Hier ist was Neues. Komm ich von hier? Sieht nicht so aus, aber... Könnte vielleicht doch sein. Ich weiß es aber nicht. So. Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Blödes Garstvieh! Jetzt bin ich mal gespannt, ob das alles kaputt gegangen ist. Ähm... Da unten... Hallo, du! Äh... It doesn't matter if you love Nutsch or the mythical hero Rin. Rin. Von wo komme ich denn? Just raise your picture. Cause the blocks for most of you can see. Hey! Da oben war ich schon mal. Aber ich weiß trotzdem nicht, von wo ich komme. Ich denke aber von... Hier irgendwo? Äh... Nö. Hier ist anscheinend falsch. Ähm... Ähm... Hey! Lass mich in Ruhe, Schweinchen! Ähm... Zack! So. Was hab ich mir nach oben gebaut? Ich wette, das ist eh noch falsch hier. Wenn ich jetzt lang will. Aber... Und wie sieht es auch vertraut hier aus. Äh... Ich bin trotzdem überfangen. Nein? Hier war nichts. Oh man. Vielleicht komme ich auch von da. Ich denke nicht. Oder vielleicht auch. Hallo Schweinchen. Ähm... Also könnte vielleicht sein. Oder auch nicht. chilling. Spitzacke vergessen. Ja, das macht Spaß. Äh... Das hab ich mir irgendwo nen Weg durchgebuddelt. Das finde ich den Rückweg erst recht nicht. Ah, hier läuft man auch einmal im Kreis Wie es aussieht Ja Äh Verdammt Wo komme ich denn jetzt her? Ah, da Mann, oh Meter Wenn der Kompass hier auch funktionieren würde, wäre das toll Das sind wir hier auch nicht Da komme ich auch nicht her, dann sind wir wieder zurück nach unten Also, falls irgendwer ganz zufriedig eine Ahnung hat, wo ich herkomme Alles gern sagen Weil ich habe auf jeden Fall keine Ahnung Und ich sollte eigentlich was essen Fällt mir gerade so auf Weil das halt nicht genug Dammit Von da unten komme ich auch nicht Wo komme ich denn? Komme ich von hier? Ich weiß es einfach nicht Ich weiß es nur, dass da ein Gas ist Das war knapp Das war auch noch knapp Aua Bäm Gas down Aber kein Gas tier Äh Moment mal Du musst Attendez kommen Oh Was? Musst du ja gar nicht Ah Bäm Ah 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 ira Ehm Ich will es auch gar nicht wissen, erst mal. Ich will erst mal den Ausweg finden. Ich habe aber gerade eben... Ich habe auch was gesehen. Ja! So. Hallo. So. Hier muss ich runter. Autsch. Ich hoffe nur auf kein Gas. Hm. Trotzdem ist es schwer, eine Festung zu finden. All the world, all the animals will be in the TNT. Ich habe aber den Ausweg gefunden. Yes! Es ist einfach wirklich cool. Es ist wirklich cool. Ich werde meine Arten in die TNT schreien. Ich werde meine Arten in die TNT schreien. Ich will einfach hier rein. Where am I get in the Re sub. Warum hab ich die Clean Store mit? Noll. so damit sich der Herr Thomas nicht aufrecht er hätte jetzt Gravel mitnehmen sollen weil mit Gravel sieht das natürlich ein bisschen besser aus dann machen wir erst mal so mit stein zu sollte erst mal so reichen wo ist eigentlich Indiana wo habe ich den verloren ich meine das jetzt mal ganz ernst die jener das ist ein Kürbis das ist ein Kürbis das ist eine Melone und das auch Indiana so 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 was kommt in jener so die Kommune rein wo ich die Hohen gepackt die Hohen er abgadiert bitte so fangen wir da mal wieder so sollte irgendwie schon gehen so mal gucken wie weit mein Bambus ist der müsste glaube ich jetzt fertig sein denke ich äh da hat sich noch gar nichts getan hm muss ich wohl warten aber ich tütte jetzt ein paar Kühe die geben mir jetzt auch Fleisch haha ich gritte dich äh ich gritte dich hey ich hab dich doch gritten wollen na geht doch so da hinten haben wir Schafe Wolle brauche ich aber nicht oder? ne Schafe und ne Kuh auf dem zugefrorenen See lauf schlitter schlitter ich werd dich töten Kuh und du kannst nichts dagegen tun ah und deine Freunde werden gleich mitsterben okay bam so kannst du mit deinen Freunden im Himmel spielen tödüm und das Bambus tödüm nehm wir den mit vielleicht ist noch mehr Bambus boah und die Kuh wo häng ich hier denn fest? neu was war das? denn whatever hier sind wir Kühler ha so hä schaf ohne Wolle warum sind sie hier schaf ohne Wolle? whatever fliegen die Bäume hm vielleicht hätte ich einfach mal zwei Kühe mitnehmen sollen die sich weiter vermehren aber okay naja man kann nicht alles haben aber ich denke ich mach hier auch einen Cut und bis zum nächsten Mal ich bin deinem Kane Jena Jones bis zum nächsten Mal bezcitze bis zum nächsten Mal